Barcamps bzw. Jugendbarcamps. Was ist das eigentlich und welche Idee steckt dahinter? Barcamps werden auch Unkonferenzen oder Mitmachkonferenzen genannt. Also ein offenes und kooperatives Tagungsformat für unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Besonders ist dabei, dass die Veranstaltung online geplant, aber in real life durchgeführt wird. Jugendbarcamps richten sich demnach vor allem an Jugendliche. Ziel eines Jugendbarcamps ist es, Jugendlichen Partizipation, Diskussion und Austausch zu ermöglichen und zwar zu einer Vielzahl an Themen. Der Fokus liegt in der Eigeninitiative der Jugendlichen. Das heißt, sie gestalten die Veranstaltung mit ihren eigenen Wünschen, Interessen und Erfahrungen. Wichtig ist, dass der Austausch auf Augenhöhe stattfindet und der Zugang niederschwellig gestaltet ist. Dieses Format soll also die allgemeine Beteiligung sowie Bildungsprozesse von Jugendlichen fördern. Wie das konkret ablaufen kann, zeigen wir euch jetzt. Am Anfang legen die VeranstalterInnen der Mitmachkonferenz das Hauptthema des Barcamps fest. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung bleibt dabei offen, da diese von den Interessen der TeilnehmerInnen abhängig ist. Die TeilnehmerInnen in einem Barcamp werden auch TeilgeberInnen genannt, weil sie die Veranstaltung selbst aktiv gestalten. Im nächsten Schritt werden, wenn möglich, themennahe SponsorInnen gesucht, mit deren Unterstützung Räumlichkeiten gefunden sowie Verpflegung und weitere anfallende Kosten gedeckt werden können. Sind die Rahmenbedingungen geklärt, können die VeranstalterInnen zuletzt Ort und Zeit festlegen. Nun kann die Veranstaltung auf einer Plattform oder in den sozialen Medien online geschalten und bekannt gemacht werden. Die Jugendlichen werden unverbindlich zu dem Barcamp eingeladen oder darauf aufmerksam gemacht und aufgefordert, die Veranstaltung über ihre Social Media Zugänge zu verbreiten. Die eigentliche Durchführung des Barcamps und damit die Auseinandersetzung des vorgegebenen Themas findet in verschiedenen Workshops auch Sessions genannt statt. Die Jugendlichen haben bereits im Vorfeld die Möglichkeit, Themen und Beiträge für die einzelnen Sessions vorzuschlagen. Am Veranstaltungstag selbst kommen alle TeilgeberInnen am vereinbarten Ort zusammen. Um sich besser kennenzulernen, stellen sich die TeilgeberInnen jeweils mit drei Schlagwörtern vor. Insbesondere bei Jugendbarcamps bietet es sich an, den Einstieg in das Thema mit einer coolen Gruppenaktion zu verbinden. Dabei haben die Jugendlichen Zeit, in Ruhe anzukommen und die anderen TeilgeberInnen kennenzulernen. Nach der Vorstellungsrunde stellen die Jugendlichen als Session-InitiatorInnen ihre eigenen Diskussionsthemen vor. Diese müssen nicht fertig ausgearbeitet sein. Eine Frage zum Beispiel ist ausreichend. Per Handzeichen bekunden die TeilgeberInnen ihr Interesse zu den einzelnen Vorschlägen. Die ausgewählten Themen werden dann in den vorhandenen Räumen und Uhrzeiten aufgeteilt und in einem Zeitplan festgehalten. In der Regel dauert eine Session 45 Minuten. Der beste Start in einer Session ist eine kurze Einführung in das Thema, deren Inhalt anschließend diskutiert werden soll. Die Ausgestaltung kann dabei sehr individuell sein, zum Beispiel in Form eines Workshops. Unabhängig von der Art der Session ist die Diskussion nicht nur vor Ort möglich. Charakteristisch für ein Barcamp ist, dass die TeilgeberInnen die Inhalte mit Hilfe von sozialen Netzwerken und Plattformen nach außen tragen. Auf diese Weise haben auch Jugendliche, die nicht vor Ort sind, die Möglichkeit, an der Diskussion teilzuhaben und mitzudiskutieren. Als Kennzeichen der Kommunikation dient ein gemeinsamer Hashtag. Zwischen den einzelnen Sessions und am Ende der Veranstaltung werden die Inhalte noch einmal im Plenum reflektiert. Ziel eines Barcamps ist es durch die Online-Vernetzung der TeilgeberInnen vor, während und nach der eigentlichen Veranstaltung auf verschiedenen Plattformen und Social Media Zugängen eine nachhaltige Beteiligungs- und Austauschsmöglichkeit zu schaffen. Jetzt weißt du, was ein Jugendbarcamp ist. Also, auf was wartest du? Plane dein eigenes Barcamp. 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 Vielen Dank.